Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Diesmal schauen wir uns an, wie wir die auftragsgetriebene Mengenplanung mithilfe des Gozintographen abbilden und durchführen können. Schauen wir uns direkt an, wie der Gozintograph gezeichnet wird. Nehmen wir mal an, wir haben zwei Erzeugnisse, P1 und P2, außerdem zwei Einzelteile, ET1 und ET2. Schließlich haben wir noch vier Baugruppen, BG1 bis BG4. In die Herstellung von Erzeugnis P1 fließen zwei Einzelteile, ET1 und ET2, sowie die Baugruppe BG1 ein. Die Zahlen an den Pfeilen sagen uns, wie viele Einheiten der Inputs jeweils für eine Einheit des Outputs benötigt werden. Sie sehen also, für eine Einheit von P1 brauchen wir also drei Einheiten von Einzelteil 1, eine Einheit von Einzelteil 2 und eine Einheit von Baugruppe 1. Für die Herstellung von Erzeugnis P2 brauchen wir drei Einheiten von Baugruppe 1 und eine Einheit von Baugruppe 2. Für die Herstellung von Baugruppe 1 wiederum brauchen wir eine Einheit von ET2. Für die Herstellung von Baugruppe 2 brauchen wir zwei Einheiten von ET2, eine von BG3 und zwei von BG4. Und das Schöne an dieser Art von Darstellung ist natürlich, dass wir jedes Teil und jede Baugruppe nur einmal darstellen müssen und trotzdem multiple Beziehungen zu anderen Teilen und Baugruppen zeigen können. Da es aber etwas unübersichtlich wäre, direkt anhand dieses Gozintografen jetzt unsere Mengen zu planen, werden wir die darin gezeigten Informationen in ein lineares Gleichungssystem überführen. Nehmen wir als Beispiel das Einzelteil 2. Das Einzelteil 2 geht mit dem Bedarf 1 in das Produkt 1 ein, mit Bedarf 1 in die Baugruppe 1 und mit Bedarf 2 in die Baugruppe 2. Als Gleichung können wir also schreiben ET2 ist gleich 1P1P1 plus 1BG1 plus 2BG2. Und als letzten Schritt könnten wir diese Gleichung jetzt noch erweitern um alle anderen Teile, für die wir ET2 nicht benötigen, jeweils mit Faktor 0. Das würde dann so aussehen. Warum wir das machen, sehen Sie gleich. Vorher sollte ich aber noch erwähnen, dass wir durch Kundenauftrag die Mengen der Erzeugnisse vorgegeben haben. Wir brauchen nämlich 50 Einheiten von P1 und 50 Einheiten von P2. Wenn wir diese Gleichungen jetzt alle, für alle in unserer Erzeugnisstruktur vorkommenden Elemente aufstellen und jedes Mal darauf achten, alle Elemente in die Gleichung aufzunehmen, sieht das so aus. Und die Info, die wir jetzt eben neu bekommen haben, dass wir nämlich 50 Einheiten jeweils von P1 und P2 brauchen, steht im letzten Teil der Gleichung, nämlich hier und hier. Und da steht einfach eine 0 bei allen anderen Teilen. Nehmen Sie sich jetzt ruhig Zeit, wenn Sie möchten, halten Sie kurz an, um die Gleichungen nachzuvollziehen. Sie sollten in der Lage sein, diese Gleichungen quasi direkt aus dem Gozindografen zu erstellen. Jedenfalls haben wir damit jetzt aus dem Gozindografen ein lineares Gleichungssystem abgeleitet und können das jetzt noch in Matrix-Schreibweise zeigen, um es leichter lösen zu können. Weil wir nämlich in jeder Gleichung immer auch die Elemente mitgeschleppt haben, die mit Faktor 0 benötigt werden, können wir das Gleichungssystem so in Matrizen-Schreibweise überführen. Auf der linken Seite der Gleichung steht der Vektor der Komponenten, quasi hier. Auf der rechten Seite haben wir als erstes die Matrix der durch den Gozindografen vorgegebenen Parameter. Welches Teil wird in welcher Menge wofür benötigt? Und daneben steht multiplikativ nochmal der Vektor der Komponenten, diesmal aber in der Rolle der Erzeugnisse. Und als letztes Element haben wir additiv noch den Vektor der sogenannten primären Bedarfe, also die durch Kundenauftrag vorgegebenen Mengen der Enderzeugnisse. Jetzt nennen wir den Vektor der Komponenten einfach x, die Matrix der Bedarfsparameter, einfach s, und den Vektor der primären Bedarfe nennen wir y und können anfangen, das aufzulösen. S mal x beschreibt dabei den sogenannten Sekundärbedarf, also der Bedarf an Teilen, der sich aus der Erzeugnisstruktur ergibt. Unsere unbekannte ist der Vektor x, der kommt auf beiden Seiten vor, also holen wir den Term s mal x auf die linke Seite der Gleichung und klammern den Vektor x aus. Und weil wir hier mit Matrizen rechnen, klammern wir nicht 1 minus s aus, sondern e minus s, wobei e die Einheitsmatrix ist. Und um den Vektor x jetzt zu isolieren, holen wir die invertierte Matrix e minus s nach rechts. Das zeigt uns jetzt auch schon, wie wir vorgehen müssen, um die konkreten benötigten Mengen aller Teile zu ermitteln. Wir ziehen die Matrix s von der Einheitsmatrix ab, invertieren diese Matrix und multiplizieren dann mit dem Vektor y. Das machen wir jetzt mal konkret, aber in Excel. Hier sehen Sie im Prinzip das Gleiche nochmal als Tabelle dargestellt. Also die Matrix S habe ich hier einfach nochmal als Tabelle aufgeführt, damit wir damit ein bisschen rechnen können. 1 zu 1 das, was ich eben auf der PowerPoint-Folie hatte. Wenn Sie das zeitgleich nachvollziehen wollen, einfach kurz anhalten, PowerPoint hochfahren, Excel hochfahren und eintragen. Ich habe jetzt hier die Matrix S und der erste Schritt ist ja, dass wir die Differenz bilden, also e minus s. e ist einfach die Einheitsmatrix, die schreibe ich jetzt nicht komplett auf, sondern ich mache einfach die Einsen in die Diagonale. Streng genommen steht da jetzt überall noch eine Null, aber das brauchen wir jetzt zum Rechnen nicht. Und wenn wir e minus s rechnen wollen, da brauchen wir keinen Matrixbefehl, da können wir einfach hier als Formel angeben e minus s, nämlich das minus das. Und das können wir dann erweitern für die ganze Zeile und dann eben für alle weiteren Zeilen. Das ist jetzt die Differenz, e minus s. Und als nächstes müssten wir das invertieren. Dafür brauchen wir wiederum eine Matrix-Funktion. In Excel geht das so, dass wir den Zielbereich markieren und dann gehe ich mit F2 quasi in den Schreibmodus rein. Schreib ist gleich und die Formel für die invertierte Matrix ist minv. Und ich sage Excel dann, welche Matrix invertiert werden soll. Das ist die. Ich mache die Klammer zu, um zu sagen, dass da die Formel zu Ende ist. Und dann nicht einfach Enter drücken, weil dann versteht Excel nicht, dass wir eine Matrix als Ergebnis ausgespuckt haben wollen, sondern STRG, Umschalt und Enter. Und dann haben wir die invertierte Matrix. Die Matrix Y habe ich hier rechts schon mitgeschleppt. Das war hier oben die 2 mal die 50 und der Rest war 0. Und dann müssen wir einfach nur noch multiplizieren. Diese invertierte Matrix hier mal diesen Vektor. Das geht über den Befehl mMult. Also wieder den Zielbereich, die Zielmatrix, den Zielmatrixbereich markieren. F2 und dann ist gleich und der Befehl lautet M-M-U-L-T. Und dann sage ich eben, in der Klammer sage ich eben die verschiedenen Matrizen, die er dafür benutzen soll. Zuerst hier diesen. Und dann Semikolon und dann sage ich eben den zweiten Vektor. Die Reihenfolge ist aber natürlich wichtig. Wissen Sie aus der Matrizenrechnung. Deswegen muss es in dieser Reihenfolge sein. Und wieder STRG, Umschalt und Enter, damit eine Matrix ausgespuckt wird. Und da können Sie jetzt quasi das Ergebnis schon ablesen. Ich habe schon die Diagonale in dieser Matrix grün markiert, damit wir da sofort die Ergebnisse sehen. Hier ist als Kontrollergebnis sehen Sie, dass von den beiden Erzeugnissen jeweils 50 Einheiten produziert werden. Baugruppe 1 wird mit 200 Einheiten gebraucht. Baugruppe 2 mit 50 Einheiten, genauso wie Baugruppe 3. Baugruppe 4 wird mit 100 Einheiten benötigt und das Einzelteil 1 mit 150 und Einzelteil 2 mit 350 Einheiten. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.